Die Firma Rova Automation ist Partner der Automobilindustrie im Innovationsbereich Robotertechnik. Unsere Firma Rova Automation steht für Robotik Wallner. Wir machen Robotik, das heißt Roboterprogrammierung, von der Offline-Programmierung in der virtuellen Welt bis hin zur virtuellen Betriebnahme und auch die Online-Programmierung dann später auf der Baustelle. Wir starten immer mit der Offline-Programmierung. Dort werden in der virtuellen Welt die Programme erstellt wie Kleben, Schweißen, Handeln. In der virtuellen Betriebnahme werden dann die Systeme SPS und Robotik verheiratet und hier wird dann der Signalaustausch abgebildet, um sich auch Zeit später auf der Baustelle zu sparen. Dann gehen wir auf der Baustelle mit den fertigen OLP-Programmen, wird dort auf den richtigen Roboter eingespielt, werden dann Optimierungsarbeiten, etwaige Änderungen und so weiter durchgeführt, wird dann in Taktzeit gebracht und bis hin natürlich zur Serientreffe. Mir taugt dabei, dass man sofort sieht, was man macht. Mein sonstige Programmierjobs ist sehr viel in der Theorie. Man sieht aber nicht, was man genau macht. Da sieht man es eben einerseits auf der Simulation im Büro, andererseits dann auf der Baustelle, am möglichen Roboter. Außerdem ist es eine familiäre Umgebung. Aktuell arbeite ich für einen namhaften Automobilhersteller. Da wird gerade eine Produktionslinie für ein neues Modell erstellt. Dabei arbeite ich an der Front. Hier sieht man, wie die Roboter in Wirklichkeit arbeiten werden. Da sieht man einen Schweißroboter. Jetzt wird es da geschweißt. Da sieht man eine Schweißzange. Mein Name ist Marcin Grochocki. Ich bin Online-Programmierer. Das heißt, ich sorge mit anderen Kollegen vor Ort beim Kunden, dafür, dass die Roboter getestet werden, dass die Roboter bannen, Schweißnahtqualität 100 prozentig stimmen. Ich finde es super spannend. Man bewegt sich ziemlich viel. Es ist intellektuell herausfordernd. Und ich hätte nichts Besseres werden können. Ich bin sehr froh, dass ich bei Roba gelandet bin. Planung, Umsetzung und Nachbetreuung. Bei Roba Automation erhalten Sie alles aus einer Hand.